Krishnas Spiel als Damodar Schon ganz zu Anfang des Bhagavatam 1.1.2 wird gesagt, dass Bhagavan durch den höchsten Dharma, die dienende, erkennende Gottesliebe, die Brema Bhakti, schnell im Herzen gebunden wird. In größter Lebendigkeit und Eindringlichkeit kommt das in der sogenannten Damodar-Lila Krishnas zum Ausdruck. Da wird Krishna im Verlauf des Spiels nicht etwa bloß im Herzen, sondern vor aller Augen durch die gewaltige Kraft der Brema Bhakti eines seiner ewigen Beigesellen gebunden. Die Shastras berichten von dieser Lila und geben damit denen, die dienend und mitdenkend zuhören und ihr eigenes Wohl und Wehe dabei ganz vergessen, einen Einblick in das innere Leben Gottes. Einen vollen Monat widmen viele Krishna Bhaktas in Indien alljährlich der Betrachtung, dem Gesang und der Erörterung dieser Damodar-Lila. Dieser Monat heißt deswegen der Monat Damodar. Die anderen nennen den Monat Kartik. Er entspricht ungefähr unserem November. Die folgende Nacherzählung der Damodar-Lila gibt die entsprechenden Berichte in Bhagavatam 10.9 in der Gopala-Champu und der Ananda-Vrindavana-Champu wieder. Als sich die Damodar-Lila ereignet, offenbart der unendliche Gott, der in Chit-Gestalt auf Erden spielt, die Kennzeichen eines Kindes von zwei Jahren und etwas weniger als zwei Monaten. Der Wohnsitz des Königs, der Hirten, ist ein reiches Bauerngehöft. Etwas abseits stehen zwei mächtige Bäume, deren Stämme sich am Boden fast zu berühren scheinen, wie ein gewaltiges Pfau. Sie sind Yamala Arjuna, die berühmten Zwillingsbäume, ein Wahrzeichen der Landschaft. Es ist die Nachregenzeit. Rohini war einer Einladung gefolgt und mit Balaram in das nahegelegenen Dorf Upanadas gegangen. Nanda hatte sie dorthin begleitet und dann den Weg zu seinen weidenden Kühen eingeschlagen. Es war eine geschäftige Zeit, das große Fest der Verehrung Indras, des Devas der Wolken und des Regens, stand bevor. Die Frauen der Hirten, die sonst so gerne zu Yashoda eilten, hatten vollauf in ihren Häusern zu tun. Ursachlos einer plötzlichen Regung folgend, hatte Yashoda ihre vielen Mägde mit verschiedenen Aufträgen fortgeschickt. Sie, die stets so eifrig war, ihr und damit Krishna zu dienen. Gegen ihr besseres Wissen war Yashoda heute in den Sinn gekommen, dass die geschickten Mägde die Arbeit für ihn keineswegs so gut zu tun vermochten, wie sie selbst. Sie war mit Krishna allein. Leise schritt sie zu seinem Bett. Wie auf einem schimmernden weißen Wolkenbett ruhte das Kind, kräftig und doch zarter als ein weiches Blütenblatt. Sein Leib strahlt wie die von der Sonne beschienene erste Wolke der Regenzeit, grün-grau mit leichtem Blau gemischt. Die Lotuses seiner Augen sind noch nicht aufgeblüht. Mit sanfter Hand liebkost sie ihn leise und legt ihn in die Mitte des Wolkenbettes, damit er in seiner unsteten Art beim schnellen Erwachen nicht unbedacht auf die Erde falle. Er schläft. Unbesorgt kann sie sich an die erste Arbeit machen. Auf der Veranda ist der große irdene Topf mit saurem Rahm gefüllt schon verarbeitet. Sie geht hinaus, um sich ans Buttern zu machen. Von ihrem Platz aus kann sie das schlafende Kind wohl im Auge behalten. Mit leichtem Blitzen, den Schlafenden spielend, schaut er ihr aus der Ferne zu. Die Mutter. Sie ist eine Frau im späten, mittlerem Alter. Von mittelgroßer Gestalt mild leuchtend ihr Gewand wie ein blasser Regenbogen. Ihre Hautfarbe ist der seinen ähnlich, nur dumpfer im Glanz. Das Haar ist mit einem feinen Bande aufgebunden, ein kleiner Blumenkranz in das Nest ihrer Haare geflochten. Sie hat einen weichen, aber festen Strick in ihren Händen, mit dessen Hilfe sie den großen Quirl in Bewegung hält. Das Buttern ist schwere Arbeit. Doch unermüdlich ziehen ihre Hände an der Schnur. Beinahe ist sie schon ein wenig müde. Doch kann es Ermüdung geben, wenn sie für ihn frische Butter quirlt? Leichte Schweißperlen sind bereits auf ihrer Stirn und ihren Wangen aufgetaucht. Die weißen Jasminblüten in ihrem Haar fangen an, sich zu lockern, und ihr Nacken und Hals glänzen von der Wärme der Bewegung. Die schweren Hüften zittern ein wenig. Jashoda quirlt den Rahm für ihn, der durch sein Wesen, seine Anmut und seine Lila die Herzen und Sinne aller quirlt und in Aufregung versetzt, wenn sie ihn sehen oder von ihm hören. Fußnote 159 Einer der Gottesnamen Krishna ist Man-Mat, der den Geist quirlt, der Liebesgott. Lange schaut er heimlich von Weitem zu. Er weiß, es ist ihre Freude, sich um seinetwillen zu bemühen. Doch plagt sie sich nicht zu sehr? Krishnas Herz ist weich. Gott eilt herbei. Wann immer einer der Seinen sich um seinetwillen leidend müht und sich doch des Leides nicht bewusst ist. Doch hat sie wirklich nicht bemerkt, dass er bereits wach ist? Er schluchzt ein wenig, verlässt sein Bett und eilt flink zu ihr hin. Schwer atmend, die Glieder streckend, vom Schlaf befangen, sich mit den Händchen die Augen reibend, steht er plötzlich an ihrer Seite. Sie weiß, wie sehr er die frische Butter mag. Sie müht sich um seinetwillen und meint, sie alleine könne es so gut tun. Doch ist das alles wichtiger als er selbst? Flähendlich schaut er zu der Mutter auf. Er muss ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken. Er steht da und macht ein Gesicht, als ob er vor Hunger ganz schwach sei. Schließlich ergreift er den Quirrl und hält dessen Bewegung auf. Ma, jetzt! Mach mich nicht traurig. Gib mir Milch. Lass mich Milch von deiner Brust trinken. Sonst werde ich, ich die Töpfe im Vorratsraum, alle in kleine Stücke zertrümmern. Er muss er drohen. Sie übermüdet sich. Und muss sie ihm nicht dienen, wie er es will? Kann jemand meinen, er könne ihm nach eigenem Gutsdünken dienen und das Beste für ihn tun und dabei seinen unmittelbaren Wunsch übersehen? Kann sie wirklich wegen der für ihn bestimmten Butter ihn selbst vergessen? Er ist zu ihr gekommen. Sie muss ihm das geben, was er will. Leicht stampft er mit den Füßchen auf den Boden. Hell klingen die feinen Spangen über seinen zarten Fußgelenken. Er sieht wirklich sehr müde und hungrig aus. Sie gehorcht und lässt die Quirrlschnüre ruhen, nimmt ihn auf den Schoß und gibt ihm ihre überquellende Brust. Jashoda steht ganz im Banne des Erlebens Gottes, der die Fülle von Anmut, Lieblichkeit und unbesorgter Ausgelassenheit ist. Doch ihr Blick erspäht in der Ferne die Milch, die für ihn auf dem Feuer steht. Ein Windstoß hat das sanfte Feuer zu heftiger Flamme entfacht. Die dampfende Milch erhebt sich drohend. Seine Milch wird überkochen und verderben. Sie kann ihn nicht zu nahe ans Feuer mitnehmen. Es hilft nichts, auch wenn er noch mitten im Trinken ist. Sie muss ihn hier zurücklassen und davon eilen. O Krishna, du liebes Kind, gedulde dich nur einen Augenblick. Bewache den Topf mit saurem Rahm. Ich schaue schnell nach deiner Milch und bin sofort wieder da. Und fort eilt sie, den enttäuschten Knaben zurücklassend. Ihr Herz ist ganz bei ihm. Hilflos fällt der Milchstrom auf Jashodas edles Gewand. Wie ist es möglich, dass sie ihn verlässt, zürnt er. Weiß sie nicht, dass er sich nie satt trinken kann, wenn er an ihrer Brust liegt? Und heute lässt sie ihn stehen, obwohl er nicht einmal halb satt ist? Warum vergisst sie, dass es wichtiger ist, seine Wünsche sogleich zu erfüllen, als sich um das zu sorgen, was später einmal für ihn bestimmt ist? Das Feuer ist Gefahr. Deshalb nahm sie ihn nicht mit. Doch er ist heute von sich aus zu ihr gekommen und sie hätte ihn auf keinen Fall im Stich lassen dürfen. Tränen verwut in seinen Augen, mit zitternden Lippen, auf die er mit seinen kleinen Zähnchen beißt. Greift er einen Stein vom Boden auf und mit zorniger Hand zertrümmert er den Rahmtopf. Aber zu seiner großen Enttäuschung ist nichts von frischer Butter zu sehen. So lange hat sie gebuttert, mit so viel Mühe und hat selbst ihn darüber vergessen, der doch wartend auf seinem Bettchen gelegen war, in der Hoffnung, dass sie zu ihm käme, um ihm die Brust zu geben. Kann ihn die Mühe der Gottgeweihten erfreuen, wenn sie keine Frucht bringt? Der Topf als Instrument des sich vergeblichen Mühens um seinetwillen wird restlos zerstört. Mit dem Stein zerkleinert er die großen Stücke in winzige Brocken. Mag der Gottgeweihte von Neuem beginnen? In langen Rinnseilen fließt der saure Rahm auf, auf dem Boden der Veranda entlang, zähflüssig, wie das bleiche, vergebliche Mühen von einem, der Gott dienen möchte, aber es ohne eigentliche Schuld nicht vermochte. Der Anblick dieses Ergebnisses seines Zorns vermag ihn nicht zu besänftigen, doch ist nun ein wenig Furcht in seinen Zorn gemischt. Ist er ja nicht nur Gott, sondern auch das Kind Gott. Auch hat ihn die mütterliche Liebe Jashodas ganz in ihrem Bann. Es ist sein Glückserleben, sich ihr als das Kind unterzuordnen. Krishna ist ganz aufgegangen in der Rolle des Kindseins. Was wird sie sagen, wenn sie die neue Bescherung sieht? Furcht und Sorge hat sich in sein Herz geschlichen. Aber auch das Erleben von Furcht kann seinen Zorn nicht beschwichtigen. Wenn ihm das Ergebnis des Dienens auf diese Weise nicht zuteil wird, muss er es sich selbst besorgen und es stehlen. Umsichtig und flink begibt sich Krishna dorthin, wo niemand ihn beobachten kann, zum Vorratsraum, wo die geläuterte Butter aufbewahrt wird. Durch ein kleines Fenster, das er geschickt öffnet, klettert er in den Raum und langt kräftig zu. Hai! Das besänftigt seinen Zorn. Wenn der Gottgeweihte es ganz und gar nicht erwartet, dann kommt er selbst und raubt sich, was sein ist und der Bagta um seinetwillen bereitet hat. Er liebt es, die Frucht der dienenden, erkennenden Liebe dann zu kosten, wenn der Bagta es nicht weiß. Doch ist sein Zorn auch besänftigt, die Furcht, die sich aus Liebe zur Mutter in seinem Herzen eingeschlichen hatte, war nicht voll ausgereift. Seine edlen Taten sind Untaten in den Augen der Mutter. Er muss fliehen. Er, vor dem, als der Fülle von Majestät, Größe und Herrlichkeit, alles in allen Welten sich fürchtet, vor dem die Zeit, die alle Wesen dahintreibt, flieht, in dessen Blickfeld die Maya, die Wirkursache und Stoffursache aller Universen nicht zu stehen wagt, er flieht aus Furcht vor seiner Mutter. Wenn er etwas will, dann muss alles ihm zum Freund werden. Wieder wird ein Fenster in der nächsten Wand zum Freunde. Was werde ich sagen, wenn die Mutter mich hier ertappt? Kommt sie? Nein, kein Zeichen. Er schließt das kleine Holzfenster sorgsam hinter sich zu. Wie herrlich! Da ist ein Mörser. Uns draußen auf luftigen Bäumen schwingen sich die lustigen Kinder der Affen. Er dreht den Mörser um, er bietet eine bequeme Sitzfläche. Mit der Hand kann man leicht in den Buttertopf reichen und die Affen nach Belieben füttern. Diese Affen sind Munis, große Seher der Vorzeit, die bestimmte tiefsinnige Zweige der Veden verwalten und als Frucht ihrer einst um Krishnas Willen geübten Askese und Bhakti an der Lila der göttlichen Fülle der Anmut als Affen teilnehmen dürfen. Ihnen ist nun vergönnt, die absolute Wahrheit, Bhagavan, nicht nur zu sehen, sondern sogar durch ihre tollen Posen zu erfreuen. Krishna von Vraj, das tiefste Geheimnis, das ihnen als Weisen unzugänglich ist, sitzt vor ihnen auf dem Mörser und teilt die lautere Butter an sie aus. Er kann gar nicht anders. Er muss die Frucht der Mühe der Seinen um seinet Willen denjenigen schenken, die ihm so getreu dienen. Gibt es eine größere Gnade, als von dem essen zu dürfen, was er selbst ausgibt, kostet er und so freigebig an sie austeilt. Die Freude des Austeilens an die lustigen Affenfreunde hat ihn fast vergessen lassen, dass ihm die Mutter wohl schon auf der Spur sein wird. Jashoda hat die Milch vom Feuer genommen und ist eiligen Schrittes dorthin zurückgekehrt, wo sie Krishna zurückgelassen hat. Sie sieht den Schauplatz seiner Tat, die feinen Brocken des irdenen Topfes, der verräterische Stein, die Fußspuren des Kindes. Sie weiß, wer hier seinen Zorn ausgelassen hat. Sie lächelt. Wie gründlich hat sie das Kind gearbeitet. Wie traurig und ergrimmt muss er gewesen sein, als sie ihn verließ. war es ihr doch selbst so schwer gewesen, ihn von ihrer Brust zu lassen. Und doch, sie muss ihm böse sein. Er muss lernen, dass auch Zorn nie so weit gehen darf, dass er vernichtet, was ihm gehört. Zorn und Lachen mischen sich in ihrem Herzen, so wie sich in seinem Herzen Zorn und Furcht gemischt hatten. Er ist mein Kind. Wenn er nicht verstehen will, muss ich ihn mit Stränge behandeln. Er muss gehorchen lernen. Sie nimmt einen Stock in die Hand, nicht weil sie darin denken könnte, ihn je zu schlagen, sondern weil sie ihren Worten, diesmal durch Einflüssen von Furcht, stärkeren Nachdruck verleihen will. Lächelnd macht sich er schode auf und geht seinen sauerbaren Fußspuren achtsam nach. Lautlos öffnet und schließt sie die Türen, bis sie aus der Ferne das beschauliche Bild vor sich sieht. Auf dem Mörser sitzend füttert er die jungen Affen mit der sorgsam aufbewahrten geläuterten Butter. Leise schleicht sie sich von hinten an ihn heran. Doch ein Dieb hat hundert Augen, der Verfolger nur zwei. Die Affen, die sich schon reichlich gesättigt hatten, schwingen sich beim Anblick der mit dem stock bewaffneten Mutter durch das hohe Fenster auf die herabhängenden Zweige der Bäume. Krishna entflieht. Will er ihr erneut entkommen? Er liebt es immer, sich zu verstecken. Niemand kann ihn wirklich dienend lieben, der nicht mit der ganzen Kraft seines Wesens ringt und sucht. Nicht nur sich selbst, auch den Weg der dienenden erkennenden Liebe hat er in den Worten der Offenbarung sinnig versteckt. Wer noch nicht bereit ist zu lernen, dass der leiseste Hauch des an sich und an seine eigene Freude zu denken, einer dichten Wolkenschicht gleicht, die das Lichtfünklein Atma ganz verschleiert, so dass kein Strahl von der ewig leuchtenden Sonne göttlicher Liebe durchdringen kann, wie wie kann der von dem Mysterium der Füller der Anmut das Krishna ist etwas ahnen. Doch auch vor den Seinen, die ewig aus dieser Sonnenkraft herausleben und deren eigenes Wesen selber solche Sonnenkraft ist, versucht er sich immer wieder und wieder zu entziehen, damit noch größere Dynamik des dienenden erkennenden Suchens und noch größeres Glück des Findens hervorbreche. Er als die göttliche Fülle der Anmut ist erst dann zu finden, wenn er es will. Und wenn er nicht will, da entflieht er sogar dem dienenden erkennenden Blicke der Seinen. Krishna weiß, dass seine Taten und Untaten ihn in ihrem Herzen nur immer lieber machen. Doch nach außen drückt die Mutter nur Zorn und Missbilligung aus und will ihm Furcht einflüssen, weil sie es so gut mit ihm meint. Doch kann er je Gegenstand von Unmut und Entrüstung sein, auch wenn es nur künstlicher Unmut und künstlicher Entrüstung ist, er sich ihr Ärger nicht erschöpft hat, wird sie suchen und rennen müssen und ihn doch nicht einholen können. Die Art, wie er in heller Flucht davon eilt, ist so bezaubernd, kaum vermag sie noch, den Schein ihres Unmutes aufrecht zu erhalten. Geschwind eilt sie hinter ihm drein, ihr Gewand flattert, Blumen fallen aus dem Haar, sie ruft, oh du Dieb, wo willst du hin laufen? Doch er läuft eiligst. Sie hat den Stock in der Hand, das ist zu viel für ihn. Der Stock bedeutet eine Beleidigung seines Selbstgefühls und seiner Ehre. Es ist, als wollte eine schwere, langsam nach Westen treibende Wolke ein kleines vor starken Winde nach Osten fliehendes Wölkchen einholen. Auf Umwegen von einer anderen Seite her sucht sie ihn zu erfassen. Solange er läuft und ohne sich umzusehen vermag sie ihn nicht einzuholen. Doch wenn er sich schelmisch und zugleich voller Furcht umblickt und dadurch Zeit verliert, erfasst sie ihn um die Breite eines Haares. Bleib stehen, bleib stehen, ruft sie. Kann er sich schon jetzt fügen? Kann ihm jemand etwas befehlen, wenn er es nicht will? Und doch, welches Glück für sie? Die Yogis, die in harter Schulung doch lange Leben der Askese Selbstzucht und Forschung ihren Geist bereitet haben, denen entkommt er. Die Fülle der Allmacht und Majestät, denn er ist schneller als der beweglichste Geist und Gedanken und Worte können ihn nicht erreichen. Doch sie, die edle Jeschoda, darf sich vom Anblick seiner göttlichen Anmut ganz durchdringen lassen und ihm folgen und kann ihn sogar fast einholen. Krishna ist geschickt. Er weiß, das Gelände wohl zu seinem Gunsten auszunutzen. Sie ruft, König bist du, o Krishna, König der Gewitzten, der Schlauberger und Betrüger. Kann es einen größeren Ruhmpreis Gottes geben? Gibt es eine List, die er nicht anwendet, wenn es gilt, die Seinen zu noch größerer Selbst Aufopferung fast bis zum Zusammenbrechen herauszufordern? Doch geht er nicht zu weit? Er müdet sie nicht zu sehr? Er fasst von Mitgefühl mit der Mutter wird Krishna selbst atemlos, als ob er schon am Ende seiner Kraft wäre. Sie bittet ihn, stehen zu bleiben. Doch er hat seine Bedingungen. Den Stock muss sie erst aus der Hand nehmen. Sie atmet schwer. Er weint voll Furcht. Sie verspricht, den Stock beiseite zu lassen. Jetzt ergibt er sich, weinend, schluchzend, mit seinen kleinen Händen, die mit Tränen, vermischte schwarze Salbe seine Augenlider über sein ganzes Mondgesicht verschmierend. Krishna sagt mit kläglicher Stimme, Ma, du darfst mich aber nicht schlagen. Wie könnte sie wohl? Sie weiß, es endet ja immer mit seinem Triumph. Doch schmollend schielt sie ihn, O du Dieb aller Diebe. Oh, das war wieder ein herrlicher Lobpreis. Er ist ja der Dieb aller Diebe. Er stiehlt die Herzen aller derer, die von ihm wirklich hören. Er stiehlt die Sinne aller derer, die ihn erblicken. Er raubt den Verstand derer, die Gott bisher nur als die Fülle der Majestät, Macht und Herrlichkeit kannten. Er stiehlt denen, die es für die wahre Gnade halten, von der erkennenden dienenden Liebe zu Gott erfasst werden. Alle Dinge, an denen sie noch anhaften und die seiner liebenden Verehrung im Wege stehen. Er stiehlt den Weisen und vollkommenen von Unwissen befreiten die Selbstsicherheit uns die Ruhe und den Frieden des Erlebens ihrer unverlierbaren Einheit mit dem stillen Licht des Brahmanen, das nur der unendliche Glanz ist, der seine Gestalt umgibt. Er raubt denen, die in Erkenntnis des Wesens des Atmer leben, das Schwelgen in der Klarheit des Glücks, dass ihr Atmer selbst ist. Er raubt den Gottgeweihten und denen, die es werden wollen, jedes Interesse an Erlösung von der Qual der Wandelwelt. Er ist Hari, der Dieb aller Diebe. Fußnote 160 Das Wort Hari wird von den altindischen Grammatikern hergeleitet von der Wurzel Rih, wegziehen, stehlen, Harati heißt, er zieht weg. Sag, wie zerbrach der Topf? Die Strafe des Allmächtigen. Wer gab den Affen Butter? Er, der die Affen schuf. Die Mutter hört seine Antworten. Sie lächelt ob des tiefen Sinns. Und doch ist es das Blappern eines Kindes. Sie droht ihm. Es nütze nichts, dummes Zeug daher zu schwatzen. Seine Untaten seien einer guten Strafe wert. Sie schielt ihn. Vor dem, als der Fülle der Allmacht und Herrlichkeit die Weisen in Erfurcht mit gefaltenen Händen aus der Ferne ihre Hymnen singen. Es ist ein unerhörtes Glück, dass Jeschuda durch vollkommenen Mangel an Ehrfurcht sein Selbsterleben als Gottheits der Fülle der Anmut Lieblichkeit und unbekümmerte Ausgelassenheit immer mehr und mehr zu steigern vermag. Ganz versunken in die Gottesliebe Jeschudas wird er noch mehr zum Kind. Ma, was ist meine Schuld? Warum bist du so böse? Er weint und schluchzt und immer stärker bricht seine Anmut durch. Ma, du bist so schnell fortgelaufen, um die Milch zu retten. Du weißt gar nicht, dass deine schweren Fußspangen an den Topf schlugen und so ist er zerbrochen. Warum schielst du mich? Was kann ich dafür, dass Gott die Affen hierher kommen lässt und sie die Butter stehlen? Ich habe mein Bestes getan. Ich versuche jedes Mal die Affen zu fangen. Verstohlen schaut er mit einem schnellen Blick auf seine Hände. Ja, sie sind ganz sauber. Er hat sie bei seiner langen Flucht geschickt an den Wänden abgewischt. Als ich dich mit dem Stock in der Hand sah, da bin ich voll Angst fortgelaufen. Krishna ist doch immer voller Furcht. Sein kleiner Leib bebt vor Angst. Sein Händchen zittert in ihrer großen Hand. Oh, wie war er erschrocken, als sie ihn doch von hinten eingeholt und erfasst hatte. Ja, es ist ja ganz unmöglich, denkt sie. Er ist ja viel zu klein, um den schweren Topf mit einem Stein zu zertrümmern. Sie hat ihn wohl selbst durch Unbedachtsamkeit in der Eile zerbrochen. Vielleicht hat er wirklich die kleinen Affen in seine Dummheit nur haschen wollen. Ich habe ihm im Übereifer wohl Unrecht getan. Doch sie darf das nicht zugestehen. Er ist ihr Kind. Er tut zu tolle Streiche täglich stündlich. Er muss gehorchen lernen. Er muss in Zucht gehalten werden. Dein loses München ist ein Meister in allen geschickten und schlauen Ausreden. Du Dieb aller Diebe. Du siehst wie ein Kind aus. Doch im Spielen mit den F-Line bist du von ihnen angesteckt worden und führst dich selbst wie ein F-Line auf. Das war zu viel. Vollfurcht und zugleich ihr einen neuen Schrecken einjagend plappert er. Ma da will ich dann wie ein F-Line in den Wald laufen und dort bleiben. 4 Das gab ihr zu denken. Er bringt es fertig wirklich in den Wald zu laufen weil ich ihn F-Line nannte. Die Mägde habe ich alle fortgeschickt um seinet Willen hart meiner vielerlei Arbeit. Lass ich ihn frei läuft er am Ende wirklich in den Wald Das Beste ist ich binde ihn fest. Jashoda nimmt Krishna bei der Hand und durch den Hof schreitend sieht sie einen schweren Mörser der Länge nach am Boden legt schmal in der Mitte wuchtig und breit an den Enden. Der kommt ihr gerade recht. Hör zu du Dieblein alle Tränen nützen dir nichts vor deiner Mutter. Du hörst nicht auf meine Worte. Ich werde dich festbinden und ins Haus gehen und mich schnell an meine Arbeit machen. Mich binden in Angst und Zorn verzweifelt um sich schauend mit lauter tränenreicher Stimme ruft er Ma Ma Rohini Ma wo bist du Wo ist Balaram komm schnell her Mutter will mich festbinden komm schnell Doch Rohini und Balaram sind nicht in ihrem Hause im Norden des Hofes sie waren fortgegangen und sein Rufen kann ihre Ohren nicht erreichen Rohini liebt ihn mehr als ihr eigenes Kind sie hätte ihn vor dem gebunden werden bewahrt Wenn Balaram da wäre würde die Mutter ihn anweisen nach ihm zu schauen wie sie es ja oft tat Doch andere Frauen aus den benachtbarten Häusern hören seine Rufe Eine nach der anderen eilt herbei Sein Anblick versetzt sie alle in Freude und Verwunderung zugleich Da war er also der kleine Dieb der so oft in ihre Häuser lief und sich unbeobachtet glaubend Butter und Süßigkeiten stahl und mit ihren Kindern gefahrvolle Spiele spielte Wie oft waren sie schon zu Jashoda gekommen um sich zu beklagen Doch diesmal verstand Krishna so vollkommen den Unschuldigen zu spielen dass Jashoda statt Krishna zu schelten nur mit ihnen unzufrieden wurde Eigentlich wollten sie sich auch gar nicht beklagen Sie hatten ja ihre heimliche Freude wenn er sich in ihre Häuser einschlich und seine Streiche ausführte Oft hatten sie ihn aus seinem Versteck beobachtet sie konnten sie konnten gar nicht satt sehen an seiner Anmut wie er die Hände und den Mund voll geraubter süßer Lust eines Tages sein Spiegelbild in einer glatten Säule im Hause sah und es für einen seiner Kameraden hielt und sagte Psst schweig still Komm iss die Hälfte du darfst mich nicht verraten Können sie das je vergessen Wie traurig waren sie als sie hörten gestern ist er im Nachtbarhaus gewesen und hat diese und jene Streiche angestellt Oh warum nicht in meinem Hause So dachten sie immer doch nach außen hin beklagten sie sich und schalten ihn Dieb und Bösewicht er war ja ihr Ein und Alles und alles was sein und sie alle waren sein die Fülle der Gott Anmut hält sie in Bann sie sind bewahrt vor der Erkenntnis seiner Allwissenheit und Allmacht die in diesem Kinde immer gegenwärtig ist Von Ewigkeit her besteht ihr Atmer ihr Herz ihr Leib ihre Sinne und alles was sie haben ganz aus Sein Erkenntnis und Glück und es ist ihnen von Ewigkeit her eigen ihn als die Fülle der Anmut erkennend zu lieben mit jedem Wort Gedanken Blick mit jeder Tat Dienen sie ihm Da schreit er also in seiner Verzweiflung nach Rohini ruft er Da muss etwas besonderes vorgefallen sein Er muss wohl wieder etwas angestellt haben Neugierde ist ein dumpfes Laster in der Wandelwelt Doch ihre Neugierde um Krishnas Willen ist Ausdruck unendlicher dienender erkennender Gottesliebe Sein wiederholtes lautes Rufen nach Rohini und Balaram war ein herrlicher Vorwand zu ihm hineilen zu dürfen Da hatte ihn also die Mutter fest in der Hand nahe beim Mörser Seine Angst seine Tränen seine in Furcht Unwillen und Zorn rollenden Augen erwecken aller Mitleid Und doch ist eine Genugtuung in ihren Herzen Verständnisvoll lächelte eine der anderen zu Da ist der Dieb schließlich doch im eigenen Hause ertappt worden Und zur Mutter hinschauend sagt ihr Blick Du hast uns nicht glauben wollen Nun hast du ihn heute selbst bei seinen Unarten überrascht Doch wussten sie auch es ist Liebe die Yashoda heute so streng macht Sie sehen es ein sie kann gar nicht anders die Mutter muss ihn bestrafen so wehe es ihr selbst tut und so sehr sie alle mit dem schluchzenden Knaben mit fühlen Yashoda nimmt aus ihrem bereits in Auflösung begriffenem Haar ein feines seidenes Band um es um seinen zarten Leib zu legen und ihn am Mörser festzubinden erstaunlich das Band ist zu kurz flink nimmt sie ein anderes Band das noch in ihrem Haar ist und knotet es mit dem ersten zusammen doch es ist um die Länge von zwei Fingern zu kurz verwundert schaut sie auf das Kind vom wilden Laufen waren sie beide erschöpft doch was half es sie darf ihre Ermüdung nicht nachgeben alles um Krishnas Willen auch wenn es ihm in seinem Unverstand wehtut und ihr noch unendlich viel mehr ihr Blick fällt auf die Frauen die sie bisher gar nicht beachtet hatte sie bittet sie doch schnell aus ihren Häusern von den feinen weißen Schnüren zu bringen wie es sich zum Quirlen des Rahms immer in reichlicher Auswahl in jedem Hause findet eine Frau bringt eine Schnur zu kurz eine andere Frau bringt eine immer noch zu kurz sie bringt die edelsten Schnüre weich und doch fest oh wie herrlich sie dürfen ihm und seiner Mutter zugleich dienen das beste im Hause ist ihr sein jaschoder ist geschickt im binden das eilende laufen und kommen der Frauen zieht andere Frauen an die mit ihren kleinen Kindern herbeieilen und Schnüre bringen und sich der Gelegenheit freuen ihn so ganz aus der Nähe und ausgiebig sehen zu dürfen die Kinder schauen mit großen verwunderten Augen auf ihren Krishna ihren Führer Freund und Helden sie alle fühlen ganz mit ihm mit doch sie können kaum erfassen was geschieht wer könnte es Band um Band wird aneinander geknüpft sorgsam flink und immer und immer wieder fehlen zwei Fingerlängen um es um sein Bäuchlein binden zu können das wunderbare Kind solange er nicht will kann irgendjemand ihn binden eine andere Frau hatte schon längst aufgegeben die Frauen schauen ja Schode an gib es auf irgendein geheimes Wunder ist am Werk da ist irgendein Geheimnis die lange geknotete Schnur reicht um dein ganzes Haus aber nicht um den Leib des Kindes er ist das kleinste Kind nichts hat sich an ihm verändert sie sehen es alle mit ihren Augen die festen langen Schnüre können seinen zarten Leib nicht binden leise lächelnd sagen die Frauen zur Mutter Herren von Wratsch die Anmut dieses Diebes verzaubert alle bist du seiner Zauberkraft zum Opfer gefallen doch die Mutter erwidert noch ist dir alles wie ein seltsamer Spaß was schwätzt ihr da ich weiß wohl dass ihr sagt was nicht in euren Herzen ist ihr tut als ob ihr entrüstet wäret doch im Herzen seid ihr auf der Seite Krishnas den ihr nur dem Anschein nach Dieb scheltet ihr habt das sicherlich eine geheime Zauberkraft die ihr anwendet damit ich ihn nicht binden kann lachend antworten die Frauen nein wirklich nicht wir wissen nichts von solchen geheimen Kräften Die Mutter schenkt ihren aufrichtigen Worten Glauben Es fällt ihr ein dass der weise Garga der das Kindlein in seinen Armen gehalten hatte und ihm seinen Namen gegeben hatte von einer großen göttlichen Kraft gesprochen hatte die dem Kinde immer nahe sei Fußnote 161 Siyabhagavatam 10.8.7 bis 20 Diese Kraft ist es wohl die dem Binden im Wege steht Das Kind weiß gar nichts davon und auf das noch immer weinende und unmutige Kind schauend wird sie stärker und stärker in ihrem Vorsatz Er ist mein Kind Wenn ich ihn heute triumphieren lasse wird er nie gehorchen und nie lernen sich als der Sohn des Königs von Vraj würdig zu benehmen und am Ende wird er nur sich selbst schaden Sie befiehlt mit ihrem Blick noch mehr Schnüre zu bringen und noch eifriger macht sie sich ans Werk Er selbst ist die einzige und wahre Bindung der Freund aller Wie kann eine Bindung denn Binden der selbst die Bindungen aller ist Er selbst als Fülle von Anmut hat alle in Vraj von Ewigkeit her durch seine eigene Erlebnis und Erkenntniskraft mit sich selbst zu einer unendlichen Einheit verbunden Er selbst als Füller der Majestät hat alle in Vaikuntha zu einer eben solchen Einheit verbunden In einer Teiloffenbarung seiner selbst hat er als Vishnu durch seinen bloßen Blick aus der Ferne aller Universen im Schoße der Maya unabtrennlich mit sich verbunden Alle Atmers die in Gottvergessenheit in den Welten selbst vergessen umher irren sind mit ihm dem sie alle begleitenden Param Atmer untrennbar verbunden Und doch Krishna der die Fülle der Anmut ist ihr Kind und sie seine Mutter sie muss entbinden können wenn sie sich nur recht müht Sie erlebt dass alle Schnüre nicht ausreichen Auch als Fülle der Anmut hört Krishna nie auf die Fülle der Unendlichkeit zu sein nur wird sie nur selten offenbar Hier wird sie offenbar Und doch seine Fülle der Anmut und ihre dienende erkennende Liebe zu Krishna ist so stark dass sie seine Mutter verzaubert und sie die Unendlichkeit der Fülle seine Allmacht gar nicht erlebt Für sie ist er immer ganz das Kind doch auch als Kind ist er voll und ganz die aus sein Erkenntnis und Glück bestehende räumlich und zeitlich unbegrenzte Unendlichkeit Kind und Unendlichkeit beides zur gleichen Zeit Jashoda im Bann der dienenden erkennenden Liebe zur Fülle der Anmut und er im Bann dieser Liebe da ist gar keine Gelegenheit zur Wahrnehmung seiner Unendlichkeit doch wenn und solange er sich nicht binden lassen will ist diese Unendlichkeit dennoch offenbar und deshalb gelingt ihr das so einfache Werk des Bindens nicht die Frauen haben schon längst die Hoffnung aufgegeben dass seine Mutter siegreich sein könne nicht aus Furcht gehorchen sie der Herren von Vraj und bringen eilends neue Schnüre herbei auch nicht weil sie dem noch immer weinenden Krishna eine Strafe wünschen sie sind vom dienenden Eifer der Jashoda angesteckt und sie sind voll Spannung wie die Geschichte enden mag mit verwunderten Augen schauen die kleinen Knaben sprachlos zu ihr Krishna auch wenn er weint und hilflos ist er ist noch immer der große Held unüberwindbar unbesiegbar die Frauen schauen ernst auf die Mühe die sich ihre Herren macht und doch lächelt ihr Herz denn sie trinken mit ihren Augen die Anmut des Knaben und erfüllen damit den Sinn ihrer Augen doch offen können sie nicht lachen denn sie müssen um Krishnas Willen immer seine Mutter die Herrin ehren Jashoda ist fast am Ende ihrer Kraft und doch lässt ihr Eifer nicht nach Krishnas schluchzt die Mutter hat noch immer nicht aufgegeben ihn seiner Spielfreudigkeit berauben zu wollen seine Knaben Freunde weinen aus Mitgefühl mit ihm längst sind die letzten Blumen aus Jashodas Haar gefallen ihr Haar ist aufgelöst sie ist von der Anstrengung ganz atemlos ihr Leib zittert in Schweiß gebadet fast fühlt sie sich von ihrem Kind besiegt doch sie darf nicht nachgeben größerer und größerer Eifer treibt sie an ja es ist wie eine göttliche Begeisterung in ihr wenn es das Leben kostet ich muss alles tun was ich für ihn tun kann und ich muss ihn festbinden alle im Umkreis stehen mit offenen Mündern wie wird das enden mit seinen in Tränen schwimmenden Augen wirft er einen Blick auf seine Mutter die Gute hat die unendliche Anstrengung in Freude auf sich genommen um seinet Willen weil sie ihn so liebt ein Gedanke ein Strahl seiner Gnade er willigt ein sie darf ihn binden sie hat sich nicht gescheut ihre letzte Kraft zu geben solche Liebe allein kann ihn binden von ihr gebunden zu werden es ist so leicht wenn er will solange er nicht wollte war die Offenbarung der Unendlichkeit der Fülle da jetzt hörte sie auf wirksam zu sein zwei Fingerlängen waren die Schnüre zu kurz gewesen seine Unwilligkeit veranlasste die Kraft des Spiels die Unendlichkeit die Unbegrenztheit von Zeit und Raum die dem Kinder immer eigen ist offenbar zu machen Seine Willigkeit veranlasste die Kraft des Spiels die Unendlichkeit die das Kind immer ist unoffenbar zu machen er wurde willig als seine Mutter die größtmögliche Anstrengung machte und am Ende ihre Kräfte war solche Anstrengung ruft seine Gnade herbei so ist es im Leben und Streben aller die ewiglich die Seinen sind und auch alle die von der dienenden erkennenden Liebe erfasst werden und den Seinen und ihm dienen wollen Anstrengung bis zum Letzten und seine Gnade ohne diese beiden ist alles Gott Dienen umsonst Das gilt gilt nicht bloß für die höchste Stufe seiner ewig Beigesellen die ihm reiche der Fülle der Anmut Lieblichkeit und unbedachte Ausgelassenheit mit ihm spielen sondern für jede Stufe Der Mutter Glück ist das restlos sich um Krishnas Willen verbrauchen dürfen in sich stetig steigerndem Eifer sich um Krishnas Willen ganz zu vergeuden Krishnas Glück ist das Erleben der Stärke der dienenden erkennenden Liebe der Seinen um Seinet Willen Durch sie erlebt er die unerschöpfliche Tiefe seiner selbst als Fülle von Anmut Lieblichkeit und Ausgelassenheit dann am stärksten wenn trotz der Offenbarung der vollen göttlichen Unendlichkeit die er als Krishna immer ist unter dem Zauber seiner Anmut diese Unendlichkeit gar nicht wahrgenommen wird Kann es für Krishna das Kind ein größeres Glück geben als von seiner Mutter gebunden zu werden sie band ihn an den Mörser ihn der weder innen noch außen hat um den also nie ein Band geschlungen werden kann er ist zeitlich und räumlich und der Substanz nach unbegrenzte unendliche Ewigkeit der Schatten das heißt alles was in unserer Welt ist berührt Krishna niemals weder ihn noch die Seinen noch irgendetwas in seinem Reiche so wie die Häuser Blumen und Tiere sind auch die Bänder dieses Reiches ganz aus reiner Erkenntnis geformt deshalb können sie ihn am Ende binden Alles Sein gründet in ihm deswegen ist er das Sein das von nichts abhängig ist das nie eines Zweiten außer ihm selbst bedarf und deshalb heißt er der Zweitlose Advaya menschliches Sinnen und Denken kann ihn nie erfassen deshalb heißt er Adokshaya Seine Gestalt auch wenn er auf Erden wandelt ist nicht aus dem Stoffe geformt aus dem die Universen stammen deswegen heißt er Avyakta er als Füller der Anmut ist zweiarmig hat also die Kennzeichen eines sterblichen Menschen ohne jedoch ein Mensch zu sein oder einen sterblichen Leib zu besitzen Die menschliche Gestalt ist ihm ähnlich wie ein Schatten der Gestalt ähnlich ist die den Schatten wirft Jashoda hat von Ewigkeit her die immerwährende Liebe der Mutter zu ihm ohne seine Mutter zu sein sie die aus ihm stammt hat die liebende Erkenntnis der Fülle der Anmut die er selbst ist und dieser erkennenden Liebe sich als Kind unterordnend erlebt er sich selbst als Fülle der Anmut sie bindet ihn als ob er bloß das Kind wäre als ob die in ihm immer vorhandene Unendlichkeit gar nicht existiere doch darin geht ihre ewige Gottes Erkenntnis nicht irre denn er ist zu gleicher Zeit die Einheit der unserem Denken unvereinbaren Gegensätze Kind und Unendlichkeit Er aus dem alles stammt er der immer unabhängig ist fügt sich der dienenden erkennenden Liebe der Seinen er gerät unter die Gewalt seines eigenen Dieners der eine Form seiner selbst ist er dem unendlich viele Universen mit ihren Schöpfern untertan sind erlebt es als Glück von der Mutter an den Mörser gebunden zu werden diese Gnade inbinden zu dürfen wurde der Yashoda zuteil sie verkündet und verbreitet damit den Ruhmpreis Gottes dass er dem Bann der restlos sich aufopfernden dienenden erkennenden Liebe erliegt doch binden kann ihn das unendliche Kind nur Yashoda und binden kann ihn den Jüngling der alle Unendlichkeit ist nur Ratha 6 Yashoda hat ihr wundersames Werk beendet er hat keineswegs aufgehört zu weinen er hat sich binden lassen er ist ganz das bestrafte Kind die Mutter betrachtet ihr Werk mit einem Blick des Triumphes und dieser Blick ist ihm das schönste er wollte ja diesen Triumph Blick sehen es war ja eigentlich gar nicht ihr Triumph es war ja ein Triumph um Krishnas Willen kurz blickt Yashoda in der erstaunlichen Gesichter der vertutzten Frauen die ihren Augen kaum trauen wollen sie hat ihn also schließlich doch binden können er sie aufbricht um sich an ihre Hausarbeit zu machen wendet sie sich auch noch an die kleinen Freunde Krishnas und sagt zu ihnen schaut ihn euch gut an passt auf ihn wohl auf sollte er sich irgendwie frei machen dann müsst er mich schnell rufen verstanden und mit dem Schwarme der Frauen verschwindet sie vom Schauplatz und lässt den noch immer weinenden Krishna an den wuchtigen Mörser festgebunden mit seinen Freunden zurück Die Damodarlila ist noch nicht zu Ende allmählich hört Krishna zu weinen auf aber er befreit sich nicht vom Bande der Liebe das ihn festhält und das sein stolz ist Jedoch Mörser und Schnur sind zu einem neuen lustigen Spiel geworden In seiner Spielfreude schleift er den gewaltigen Mörser wie ein leichtes Kinderweglein hinter sich her und jubelnd läuft die Schare der Freunde mit ihm Krishna marschiert keineswegs auf das sich aufreckende Pfau der beiden hohen Zwillingsbäume zu Er schmiegt sich leicht durch die schmale Lücke zwischen den Stämmen hindurch und mit dem Mörser den er zieht entwurzelt er die riesigen Bäume und sie stürzen nieder Zwei leuchtende Gestalten entsteigen ihnen umwandeln Krishna in tiefer Ehrfurcht und preisen ihn sie bitten ihn um die Gabe dass ihre Lippen immer da seinen Ruhm singen dürfen ihr Ohr immer da nur von ihm hören ihre Hände ihm dienen ihr Geist immer da seiner gedenken ihr Haupt sich sich vor seinem Reiche verneigen und ihre Augen diejenigen schauen dürfen die sich ihm geweiht haben Krishna gewährt ihre Bitte und gibt ihnen das Geschenk der dienenden erkennenden Liebe zu ihm Es sind die beiden Barden Madhukanta und Snigdakanta die einst durch einen Fluch in Klammer der ein heimlicher Segen war verzaubert worden waren und die nun durch Krishna obwohl er selbst gebunden war von allen Banden befreit wurden Im Versammlungshaus des ewigen Reiches Goloka berichten sie dann vor dem staunenden lauschenden Elternpaar Yashoda und Nanda und vor Krishna und Radha und den Gopas und Gopis im Wechselgesang von den mannigfaltigen Begebenheiten der seltsamen Lila Krishnas auf Erden Die Bewohner von Vraj gaben damals Krishna einen neuen Namen Damodara Das bedeutet mit der Schnur Dama um den Leib Udara Fußnote 162 Das Sanskrit-Wort Dama Daman bedeutet auch eine Girlande von Blumen In In einer Hymne des Padmapuranam wird die Damodalila Krishnas geschildert Die acht Strophen der Hymne werden von den Bhaktas jeden Morgen und Abend im Monat Damodara rezitiert Die letzte Strophe beginnt mit einer Huldigung an der Schnur von der jedes kleinste Feserchen nicht aus dem Stoffe der Maya sondern aus Chit Shakti aus der Kraft der dienenden erkennenden Gottesliebe Yashodas geformt ist und die den Leib des Kindes Krishna der die Unendlichkeit selber ist zu binden vermochte Verehrung dir der Schnur deiner eigenen Macht der Liebe die strahlend leuchtet Verehrung deinem Leib dem Urgrund des Weltalls Verehrung der Rata die deine Geliebte ist Verehrung dir O Gott der du unendlich viele Lilas spielst